Musik Ja, wir sind hier auf der Quantum Effects, der ersten Messe zur Quantentechnologie und das Inno-Netzwerk der Stadt Ludwigsburg hat hier Unternehmen und Akteure eingeladen, Partnerinnen aus dem Netzwerk, um mehr zu erfahren, wo steht die Technologie heute. Musik Also ich fand es fantastisch, wie es selbst im Ländler mittlerweile, sagen wir, diese Hochtechnologie Quantencomputing aufgenommen wird und zu absolut spannenden Diskussionen tatsächlich auch bei Industrieanwendern führt. Musik Da waren sehr viele Impulse dabei, die ich jetzt aus der Veranstaltung mitnehmen würde. Ich habe sehr viel gelernt tatsächlich zu dieser Technologie, die für mich bisher noch relativ unbekannt war. Ja, das war ein gelungener Nachmittag und ich bedanke mich dafür. Musik Musik Ich bin davon überzeugt, dass über die Kontakte von heute Nachmittag auch wir in neue Projekte zusammenarbeiten werden können. Und das war für mich sehr, sehr interessant. Musik Wir freuen uns über so viele positive Reaktionen. Ich glaube, es wird nicht die letzte Veranstaltung sein, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen wird. Musik Musik Applaus Musik Vielen Dank.